Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau um Mitternacht zu Bethlehem in einem Stall in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Ewiges Vergelt Gott fürs Mitbeten. Heiliger Josef, wahrer Bräutiger Mariens, der Vater Jesu Christi, bitte für uns und alle Sterbenden dieser Nacht, dieses Tages. Amen.